Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 13.018 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Veränderung ist wie ein ständiger Begleiter, der uns zu neuen Erfahrungen führt. Veränderung ist wie ein ständiger Begleiter, der uns zu neuen Erfahrungen führt. Veränderung ist wie ein ständiger Begleiter, der uns zu neuen Erfahrungen führt. Gibt es hier eine Buchhandlung, die du empfehlen kannst? Gibt es hier eine Buchhandlung, die du empfehlen kannst? Wo steht die Lampe in deinem Schlafzimmer? Links oder rechts vom Bett? Wo steht die Lampe in deinem Schlafzimmer? Links oder rechts vom Bett? Wo steht die Lampe in deinem Schlafzimmer? Links oder rechts vom Bett? Links oder links vom Bett? Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Du musst dich verhört haben. Maria hat ein Glas mit Honig in ihrer linken Hand. In der rechten Hand hält sie einen speziellen Löffel. Maria hat ein Glas mit Honig in ihrer linken Hand. In der rechten Hand hält sie einen speziellen Löffel. Die Zukunft der Medizin verspricht bahnbrechende Entwicklungen bei der Heilung von Krankheiten. Und gib uns bitte ein Like. Die Kundinnen verspricht bahnbrechende Entwicklungen bei der Heilung von Krankheit. Sie hat sich dieinceilt. Amen. Vielen Dank.